Ich, Dr. Martin Miller, klinischer Psychologe, zeichne die Aussage meiner Mutter, Dr. Alice Müller, auf, die sich zum Zeitpunkt der Aussage bei vollem Bewusstsein befindet. Die ganze Geschichte von Eltern und Kindern ist eine Geschichte des Irrsinns. Ich renne auf die Straße und werde singen und tanzen, so viel ich will. Wer, 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 wer? Die enttrucken seine Persönlichkeit. Sie verwandeln das Kind in eine Puppe. Es wächst zu einem Erwachsenen heran, der eine Puppe ist. Wer ist eine Jüdin? Was für eine Jüdin? Ich bin eine Polin, aus adiger Familie. Dein Ausweis. Zeig mir deinen Ausweis. Elisaweta Rostowska, der Name polnisch und die Augen jüdisch. Und jetzt darf ich noch nie werfen. Erwachsen. Alles worth consists.